Das ist die Bestandsaufnahme hier vor dem ersten Eintrachtspondent-Ding. Der ist dick, der hat gleich Bauchschmerzen, weil er Bubats-Tee trinkt. Und ich habe mein Ersatzteil-Lager mitgebracht hier, um mich gleich mal ready zu machen. Einstandskiste! Einstandskiste! Das ist das Wichtigste, Alter. Wir spielen Bezirksliga. Wenn du da ohne Kiste reinkommst, dann jagen die uns direkt raus. Meine Frage... Was ist mit deinem Alkoholkonsum, dass die Flaschen im Lager so verstaubt sind, Bruder? Ich habe mich entfettet. Aber dieses Bier schreit danach, ausgetrunken zu werden. Aushilfsreiner, was machen wir heute? Wir machen heute erstmal einen Stabby-Zirkel. Weil wichtig ist im Hobbysport immer die eine Trainings-Einheit in der Woche, wenn du eh nur zwei Stunden hast, den Ball anzufassen. Genau. Deswegen musst du auf jeden Fall die Hälfte der Trainingszeit in Möchtegern-Stabby verschwenden, damit du knackig bist. Kurzer Tipp an alle Landesligamannschaften da draußen. Lieber dick und gut sein, anstatt schlecht und dünn. Oh, was? War das zu hart? War das zu hart? Nö, nö. Eine Sache möchte ich sagen. Wer jetzt denkt, wir ziehen das Sächerliche, wenn ich Training mache, ne? Der hat so gefurzt. Wirst du deinen Arschbohrerstock mit? Sass. Wir kommen übrigens alle zu spät, weil der 18-Jährige irgendwie nur einkaufen musste für 22.30 Uhr. Da kommt er. Unser Trainingsgast, der jetzt dafür sorgt, dass wir zu spät sind. Der verzogene Mercedes-Fahrer, der 18-Jährige, Alter. Sag mal, was ist da? Musst du dir nochmal drei TKPs holen, aber dafür Trainingsstadt verpassen, oder was? Hast du genug Apfelschalter dabei? Ja. Das wird's sein. Erstmal mal wieder ein paar Werte etablieren hier. Also der Jüngste trägt auf jeden Fall erstmal die Kiste. Gut. Schau, dass ihr alle ins richtige Häuslein kommt, ne? Da ist unser Leistungsträger. Auf diagonal, Jürgen. Leistenschläger. Nein, was ist es nicht? Die Duschkabinen. Das größte Problem bei Duschkabinen ist, dass sie so einen Torall haben. Jaja, muss durchlaufen. Du brauchst diese Dusche, die guten alten Turnhallen, wo du einfach Null laufen lassen kannst. Ja? Dann sind wir nochmal so ein Duschbier. Ja. Wir können doch nicht alles immer sparen, Tim Noah. Greiß dich zusammen, Alter. Nice. Ich hab Kamera aufgebaut, ich hab nichts zugehört. Ahhhh. Sorry. War zu weit raus, ich konnte nicht mehr. Springhöhe. Ja, Springhöhe ist schwierig. So ein Arschloch, Alter. Ahhhh. Okay. Jetzt Pause drücken und in die Kommentare schreiben, ob ich den jetzt richtig einhaue oder nicht. Ich bin natürlich wieder zu früh. Ahhhh. Ich bin fickerig. Das erste Mal. Immer zu früh da sein und dann läuft die Soße halt. Bre. Felix, Achtung, kommt schief. Oh ne. Kommt aus zu sehen gerade. Das ist, man muss die Schwung machen. Was soll ich denn nur dahinter bringen? Was war das? C für Corny oder was? Brauchst du einen Corny? Ah Gott, oh Gott, oh Gott. Ahhhh. Oh, der läuft jetzt aber, der Schlag am durch. Rund, 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 rund. Boah, ich hab dich fast in die Hoden bekommen. Unspaß. Nochmal, nochmal. Ahhhh. Come on. Zwei Bärchen Zitrone. Aha. Aha. Come on. Ui, schön. Ahhhh. Dafür, dass wir jeder zweimal schlagen sollten, mache ich schon mein achtes Mal gerade. Jetzt will ich auch noch einen. Ich bin auch so ein hektisches Stück Scheiße, ey. Mein Gott. Also kann ich mir abschminken, ja? Also bis zwei zählen ist nicht. Bei keinem, oder was? Du sagst ja, die Mannschaft ist wirklich gut, wenn wir niemanden mitgebracht hätten. Im Büro müssen wir alle jetzt Arbeit donnerstags oder dienstags 20 bis 22 Uhr gehen, damit wir hier in Ruhe trainieren können, damit die ganze Stirnfriede nicht da sind. Ja, du kannst drüben so aufschlagen oder so einen Scheiß. Dirk, wir schrubben ein paar Annahme in Zuspielwiederholungen. Ja? Ja, auf jeden Fall. Geil. Den kann ich dir nicht spielen, Dirk, da brech ich mir die Finger. Oh nein, ich bin zu früh gesprungen. Umberdo ist ganz schwer, kann ich nie einschätzen. Schon die ganze Zeit nie, Alter. Ist ganz schwer einzuschätzen, Umberdo. Okay, meiner? Meiner, 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 meiner. Ja, 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 meiner. Meiner, meiner, meiner. Das ist ein Scheißpass. Kopf ist echt schwer, ey. Meiner, 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 meiner. Meiner ist zu dicht. Ja. Bein war nass und du blutest. Weiter, weiter, weiter. Ja, ja, ja. Jürgen, du jetzt. Jürgen, du Rakete. Du musst da sein, Dirk. Jürgen, du musst da sein. Dann gehen wir rüber. Yes! Yes! Ja! Okay, das reicht mir. Omo, stell dich nicht vor die Kamera, wie so ein Idiot. Ja! Das war erstaunlich gut. Ja! Das war erstaunlich gut. Ja! Ich glaube, da waren wir im Netz. Schade. Schade, schade. Ja! 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 Wir müssen uns dran gewöhnen, in der Bezirksliga schlagen fast alle Topspunner auf. Take me down to the hybrid city where the grass is green and the floats are not pretty. Arme! Ja, 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 ja! Ja, ja! Nice, Umbu sichern, du stehst nirgendwo. Prost! Prost! Gleich Prost! Eintracht Spontent! Tag später, 8.40 Uhr, ich bin völlig ramponiert, aber hat Spaß gemacht und wird geil. Und jetzt könnt ihr mal alle richtig schön in unserem Instagram-Account folgen. Da gibt's bald den heißen Scheiß von Eintracht Spontent. Bis zum nächsten Mal!